Hi und herzlich willkommen. Dieses Video heute gibt dir aktuelle Einblicke in unser 3 Millionen Euro Aktiendepot. Wie du vermutlich bereits weißt, liegt unser Fokus auf gesundem Cashflow. Auch wenn wir unsere aktuell jährliche sechsstelligen Dividenden bislang ausschließlich reinvestieren, so haben wir inzwischen die Freiheit, dies jederzeit nicht mehr zu tun und den Cashflow zu konsumieren, dementsprechend die Arbeitsleistung zu reduzieren oder sogar ganz einzustellen. Ob es sich hierbei die Dividendenstrategie grundsätzlich lohnt, welche Aktien wir für 2024 extrem spannend finden oder wie wir mittels KI Aktien bewettet haben, all das und wirklich vieles, vieles mehr, findest du, wenn du dich auf unserem YouTube-Kanal einmal ein bisschen umschaust. Ein Abo sowie die Glocke kann ich dir für zukünftige Videos natürlich nur wärmstens empfehlen. Heute gibt es nach der letzten Aktie auch noch ein paar Ausblicke, also bleib bis zum Ende dran und sollte dich eine Aktie mal so wirklich gar nicht interessieren, spule einfach ein paar Sekunden vorwärts und dann geht es schon die nächste Aktie. Ja, wie du im Hintergrund siehst, ist unser Depot wirklich drei Millionen Euro schwer. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Kursgewinne, dann aber auch wieder abgegeben. Ja, wir hatten auch schon neue Höchststände dieses Jahr bei uns im Depot. Year-to-Date mit plus 20.000 Euro ist soweit erstmal in Ordnung. Natürlich mit der Depotgröße noch nicht die extreme Summe, aber jeden Cent, den man natürlich als Gewinn draufpackt, den nimmt man erstmal mit. So haben wir jetzt auch die Aktiengewichtung, wie sie momentan ist. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auch hier nochmal etwas nachbessern. Das hatten wir ja schon eingangs mal erwähnt, aber wie gesagt, am Ende dazu noch ein paar einleitende Worte mehr. Unsere größte Position als Geldspeicher der MSCI World. Ja, warum ein Geldspeicher? Wir haben uns damals dafür entschieden, unseren Geldspeicher an der Börse zu investieren, denn wir gehen historisch oder auch aus der Vergangenheit und auch für die Zukunft von steigenden Börsen aus. Ansonsten würden wir gar nicht investieren und auch wenn es 4% Tagesgeld bei To The Public zum Beispiel gibt, ist für uns die Renditeanwartung am Markt einfach höher und mit 20% nach oben innerhalb von zwei Jahren oder noch etwas weniger als zwei Jahren der MSCI World hier deutlich besser gelaufen als jede Tagesgeld- oder Festgeldstrategie, die zumindest so wirklich Sinn macht. Darüber gab es auch im letzten Video mal ein paar Insights, warum es sich nicht lohnt, aber du siehst hier erstmal die Zahlen plus 40.000 Euro bei unserem Geldspeicher, dem MSCI World ETF. Danach kommt eine Aktie, auf die wir zugegeben etwas stolz sind. Wir hatten uns es schon vermutet oder auch schon gedacht, dass die Aktie gut performen wird und besser als Intel performen wird, die wir für Broadcom rausgeworfen haben. Auch Intel lief in der Zwischenzeit nicht schlecht, aber keine 110% über 111.000 Euro haben wir bei Broadcom an Gewinn gemacht und das ist definitiv sehr, sehr schön und Broadcom, auch wenn die Bewertung momentan wirklich, wirklich sportlich ist, ähnlich wie viele Investoren bei Nvidia, für uns eine gesetzte Aktienposition bei uns im Depot. Hier werden wir so schnell keine Anteile verkaufen, auch wenn die Bewertung höher ist. Der KI-Markt, die ganzen Künstliche Intelligenzbereiche, die von Meta, von Amazon, von allen Big Player-Markten momentan noch weiter ausgebaut werden, bieten hier einfach immer noch Potenzial. Und hier werden wir mal schauen in den nächsten Jahren, ob die Bewertung vielleicht heutzutage gar nicht so teuer ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Ja, auch Siemens mit 75% im Plus. Siemens, eine der deutschen Aktien, die wir im Depot haben. Wir haben zugegeben, ein paar mehr deutsche Aktien bei uns im Depot. Liegt aber nicht daran, dass wir dem Homebuys verfallen sind und uns im eigenen Land ein paar Aktien rausgesucht haben. Nein, aber natürlich kennt man hier ein paar Aktien. Hier kann man auch auf die Kennzahl mal genauer schauen. Und natürlich sieht man hier die News vielleicht auch noch ein bisschen besser. Wir haben ja da ein paar Plattformen, auf die wir eingehen oder auf denen wir News entsprechend beziehen. Manche davon kosten Geld, manche davon oder die meisten sind sogar kostenlos. Wenn dich die Plattformen mal interessieren, dann pack das mal in die Kommentare. Dann machen wir dir da mal ein separates Video, wie wir dabei vorgehen und welche Plattformen wir auch wirklich nutzen. Die nächste Aktie, wieder eine deutsche Aktie, ein Versicherer. Und wir hatten in den letzten Tagen in TikTok bei verschiedenen Videos, glaube ich sogar, öfter mal die Kommentare. Ja, wir haben den Versicherungsmarkt noch nicht so dabei. Macht es Sinn. Unserer Meinung nach sollte man auf jeden Fall auch, wenn das entsprechend ins Depot passt, in Versicherer investieren. Denn dabei ist es auch egal, ob ihr normal wie die Allianz oder United Health, also verschiedene Arten von Versicherungen nutzt. Auch Rückversicherer, die haben natürlich ein etwas anderes Geschäftsmodell, sind hier wirklich spannende Anlageklassen und geben wirklich nochmal so einen gewissen Mehrwert in Diversifikation. Wir machen hier keine Anlageberatung. Das an der Stelle sei nochmal gesagt. Wir zeigen euch nur, wie wir es gemacht haben, unsere Insights, unsere Meinung und unsere Gedanken, die wir uns an der Stelle entsprechend machen. Wir sind mit der Allianz mit plus 40 Prozent, fast 40.000 Euro im Plus. Bekommen hier solide Dividenden, solide Steigerungsraten und auch für die Zukunft ist die Allianz hier ziemlich gut aufgestellt. By the way, wir haben übrigens letztes Jahr im Adventsalender auf jede Aktie ein Türchen mit jeder Aktie befüllt. Hier könnt ihr euch einfach mal vorbeiklicken. Da gibt es wirklich für jede Aktie die Entscheidung im Dezember zumindest, also Stand Dezember erst zwei Monate her geht noch. Kann man sich noch anschauen, ob wir die Aktie kaufen würden, nicht kaufen würden. Wir haben hier auch wirklich auf das Geschäftsmodell mal geschaut, auf die Kennzahlen geschaut. Also wenn du zu einer von den Aktien mehr Insights willst, dann ist der Adventsalender für dich definitiv die richtige Anlaufstelle. Klappen wir hier unten das Ganze mal etwas weiter aus. Die nächste Aktie ist AppV. Ja, AppV ist noch gar nicht so lange am Markt. Hier ist natürlich auch der Bereich extrem umkämpft. Wir hören öfter, dass ja verschiedene Medikamente in den Forschungsstufen nicht unbedingt so erfolgreich sind. Das Ganze betrifft nicht nur AppV, sondern auch Amgen und andere große Pharmaunternehmen. Wir haben uns damals AppV ausgesucht. Natürlich wäre eine Amgen vielleicht auch mit einem breiteren Geschäft etwas spannender. Aber für uns aktuell AppV gesetzt. Wir sind hier auch im Plus 35%. Das ist natürlich kein Kriterium zu sagen, wir verkaufen die Aktie jetzt oder behalten die Aktie jetzt. Wir schauen uns auch Amgen an, haben auch noch das ein oder andere Unternehmen, was wir uns in dem gesamten Gesundheitssektor einmal anschauen. Für uns AppV aber nach wie vor kein schlechtes Investment. Wir sind hier im Plus. Wir bekommen so die Dividenden. Wir haben hier auch, wenn mit Humira ein paar Punkte im Umbruch sind, doch nach wie vor auch ein Unternehmen für die Zukunft, die ja von der Lage her einfach sehr gute Zukunftsaussichten bieten. Der Pharma, der Gesundheitsmarkt ist ja immer entsprechend züglich. Haben wir auch wieder bei Corona gesehen. War natürlich eine außerordentliche Züglichkeit. Aber für uns AppV mit einer Aktie, die wir gerne im Depot haben. Luxus geht immer. Ja, auch der Aktienkurs von LVMH hat die letzten Tage wirklich nahezu Rekorde geknackt. Zumindest mal in der Geschwindigkeit, wie die Aktie nach den Quartalszahlen nach oben geschossen ist. War für uns natürlich gut. Die Aktie stand auch schon mal bei knapp 900 Euro. Momentan bei 778 Euro. Hier hätte man für ungefähr 640 Euro nochmal nachkaufen können. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir jede Position zumindest mal initial gleichgewichten wollen. Wir müssen hier mal schauen, in 5 Jahren oder wann auch immer, wenn uns wirklich gewisse Positionen nach oben oder nach unten weglaufen, ob wir hier auch anfangen zu rebalancen. Momentan machen wir das ein bisschen mit dem Geldpuffer, mit dem MSCI World ETF. Bessern hier auch nach wie vor etwas nach. Aber hier kurzum 30% Gewinn bei Luxus, LVMH. Hier gibt es auch mit Hermes, mit Kering noch andere Aktien. Aber warum sollen wir nicht den Big Player nehmen? Für uns nach wie vor eine Investition wert. Die Dividendenrendite ist bei LVMH gar nicht so hoch. Aber trotzdem hat die Aktie an anderen Stellen Potenzial und auch Dividendenwachstum. Das ist ja eine Strategie, die wir fahren können und dementsprechend bei LVMH eine Aktie, die eine solide Dividende ausschüttet, die die Dividende auch erwirtschaftet und über die letzten Jahre gestärkt hat. Also hier ein Kandidat, der alle drei Punkte abdeckt. Dann kommen wir zu Total Energies. Total Energies ist ein französisches Unternehmen, was in Bezug auf die Transaktionssteuer in Frankreich natürlich etwas Kontraproduktives. Natürlich auch bei LVMH ein Thema, aber auch hier haben wir gesagt, ja, wir wollen die Aktien im Depot haben. Für uns ist Total Energies im Vergleich zu den anderen beiden Öl- und Gasaktien bei uns im Depot die schwächste Aktie. Das Ganze ist aber nur unsere persönliche Meinung, muss nicht stimmen. Die Kennzahlen sind für uns einfach hier an der Stelle so, dass wir vermutlich uns, wenn dann, von Total Energies trennen würden, aber auch hier eine Aktie, die solide Dividenden ausschüttet, mit 26,5% im Plus ist und auch für die Zukunft weiteres Kurspotenzial bietet. Die Frage ist immer, will man die Aktien im Depot haben? Ich meine, unser Öl- und Gasbereich ist mit drei Aktien, also mit initial 300.000 Euro, verhältnismäßig hochgewichtet. Wollen wir das Ganze noch? Hier gibt es einfach so die Überlegungen, dass wir uns vielleicht von Total einmal trennen. Nichtsdestotrotz haben wir noch zwei weitere Aktien, zu denen kommen wir dann auch gleich. Die Deutsche Post. Die Deutsche Post, aktuell 44 Euro pro Aktie. Bei uns im Depot bedeutet das, wir sind mit 22.300 Euro im Plus. Ist soweit erstmal ganz schön. Aber hier haben wir natürlich eine Aktie, die im letzten Jahr zwar gestiegen ist, zwar auch gut gestiegen ist, aber die historisch auch schon etwas teurer geworden ist. Wir haben den E-Commerce-Bereich, ganz klar, wir müssen hier weiterhin mal schauen. Die Deutsche Post will sich ja eventuell auch langsam mal ein bisschen weiter öffnen, Richtung DHL Group, Richtung internationales Geschäft, Luft- und Warenfracht. Das sind auch wirklich hier die umsatzstärksten Segmente bei der Post. Also nicht nur das klassische Brief, Postkarten, Paketgeschäft, was man auch innerhalb von Deutschland kennt. Prinzipiell ein gutes Unternehmen. Natürlich eine Peer Group, auch eine UPS, eine FedEx, keine schlechten Unternehmen. Wir haben hier wieder Deutsche Post mit im Depot, die uns natürlich ähnlich wie alle deutschen Aktien im Mai wirklich in Summe sehr, sehr starke Dividenden auswerfen wird. Aber wenn sich das Thema Dividendenauszahlungen für jeden Monat generell interessiert, dann lass uns auch da gerne mal ein Abo da, denn wir sprechen da sehr regelmäßig drüber. Und im Mai wird es einfach mit über 25.000 Euro vermutlich wirklich ein sehr, sehr guter Monat werden. Ja, die nächste Öl- und Gasaktie, ExxonMobil, etwas schwächer, könnte man meinen, nur noch 19% bei uns im Plus. ExxonMobil, muss man aber dazu sagen, hatten wir damals initial mit 250.000 Euro im Depot, haben uns dann hier von verschiedenen Aktien wirklich getrennt. Wir haben uns von 10 Aktien auf 25 Aktien entsprechend umstrukturiert, haben hier massive Gewinne, also über 100.000 Euro realisiert. Dementsprechend sind diese 19%, die hier noch stehen, etwas verfälscht. Aber natürlich Unternehmen, was nach wie vor weltweit sehr, sehr gute Umsätze erzielt, was wir auch gerne im Depot haben. JP Morgan, das nächste Unternehmen, eine Bank, die auch mit der Zinsfantasie zwar träge, aber positiv reagiert hat. Jetzt ist es natürlich so, dass die Zinsen doch gar nicht so schnell fallen, wie viele erwartet haben. Ist für Banken nicht unbedingt schlecht. Ja, Banken können verdienen, wenn die Zinsen weiter steigen, wenn die Zinsen oben sind, aber natürlich auch, wenn die Zinsen nicht so hoch sind. Bei hohen Zinsen verdienen Banken tendenziell etwas mehr und so auch die größte Bank, JP Morgan. Persönlich müssen wir sagen, hätten wir uns etwas mehr als 15% erwartet, aber 15% sind nach wie vor trotzdem eine sehr, sehr gute Rendite. Und wir sind froh, auch hier den Bereich der Finanzen mit JP Morgan bei uns im Depot zu haben. Eine Starbucks. Starbucks ist in den letzten Wochen und Monaten auch gar nicht so gut gelaufen. Wir hatten hier das Glück, dass wir deutlich günstiger einkauft haben, war knapp 10 Euro pro Aktie günstiger. Dementsprechend noch hier 15% im Plus. Aber ja, Starbucks ist einfach vom Konkurrenzprinzip her momentan ein bisschen ausgebremst. Natürlich, die Zinsen sind hoch. Man kann im Franchise nicht mehr ganz so einfach ein neues Restaurant eröffnen, beziehungsweise ein neues Lokal, ein Café eröffnen. Aber Starbucks ist international vertreten, hat sehr, sehr gute Franchise-Modelle, kann hier Kosten anheben, hat ein sehr breites Produktportfolio. Natürlich muss man hier wieder generell schauen, wie ist die Konsumlaune momentan in Deutschland auf der ganzen Welt. Eine höhere Konsumlaune bei vermutlich ninkenden Zinsen könnte eine Starbucks bei den Absätzen wieder in die Karten spielen. Und die Margen sind bei Starbucks und bei McDonalds kommen wir später auch noch ohnehin gar nicht so schlecht. Deswegen auch eine Starbucks nach wie vor sehr gerne bei uns im Depot. Auch hier würden wir eigentlich für das laufende Jahr erwarten, dass die Kurse zum Jahresende etwas höher stehen, solange wir keine extremen Unternehmensnachrichten oder auch globalen Nachrichten bekommen, die hier gegenläufig sind. Und dann Shell ist unsere schlechteste Öl- und Gasaktie, aber gleichzeitig unsere liebste Öl- und Gasaktie. Warum denn das? Shell ist die Aktie, die in Corona die Dividende extrem gekürzt hat. Das Ganze ist natürlich für Investoren erstmal sehr, sehr schade, aber es schafft dem Unternehmen die Möglichkeit, die liquiden Mittel besser anzulegen und somit vielleicht auch langfristig die Umsätze, die Absatzzahlen besser zu positionieren im Vergleich zur Peer Group, die die Dividende nicht gekürzt hat. Auf der anderen Seite fehlt natürlich hier erstmal Kapital, was Shell dann von den Kapitalgebern, von uns Aktionären so nicht mehr hat. Aber die Dividenden werden seit dem Cut wieder extrem gut gesteigert. Die Umsätze hin zu grünen Energien sind natürlich jetzt etwas in Frage. Hier gab es ja auch die extremen Ausgaben, die man in erneuerbaren Energien getätigt hat. Ein Bereich, der wirklich wichtig und wirklich gut ist. Aber natürlich sind die klassischen Investitionen hier besser prognostizierbar. Man kennt die entsprechenden Umsätze, ist vielleicht auch etwas Rendite stärker und somit hat der neue CEO hier erstmal einen Grundstein gelegt, dass die Shell-Aktie noch weiterhin gut performen kann. Die Dividendensteigerungsraten bei Shell, hatten wir schon erwähnt, sind aufgrund von dem Cut, aber der Cashflow ist ja bei Shell trotzdem da. Also die Dividendensteigerungen hier sind wirklich sehr, sehr gut. Natürlich hier muss man ein bisschen schauen, okay, wie stark ist der Cut jetzt gewesen im Vergleich zu ExxonMobil zum Beispiel. Aber ja, Shell eine Aktie, bei der man auch bei 30 Euro, auch wenn es natürlich eine etwas sportlichere Bewertung ist, eigentlich noch investieren könnte. Je nachdem natürlich, wie das Ganze ins Depot passt, wie euer Investmentansatz hier an der Stelle ist. 30 Euro ist nicht günstig, aber auf lange Sicht auch nicht unbedingt teuer. Ja, Mainstreet Capital, kommen wir zu einem BDC, der monatliche Dividenden ausschüttet, was natürlich immer eine super Sache ist, auch wenn es eigentlich egal ist, wann eine Aktie ausschüttet. Vor allen Dingen wie bei uns, wenn wir die Dividenden aktiv noch nicht konsumieren. BDCs haben etwas, sie haben Probleme, wenn die Zinsen stärker sinken, denn dann kann es für viele Unternehmen wieder einfacher sein, sich bei Banken zu finanzieren. Prinzipiell sind ja BDCs dafür da, für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich bei Banken gar nicht oder nur sehr teuer finanzieren könnten, Kapital zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend gibt es hier auch einen etwas höheren Aufschlag, auch dementsprechend bessere Umsätze. Mit 41,84 Euro ist die Aktie ziemlich nah an ihrem All-Time-High, wenn nicht sogar zum Greifen an ihrem All-Time-High. Wenn die Zinsen jetzt sinken sollten, muss man hier einfach mal schauen, wie sich BDCs generell entwickeln. Nicht nur Mancip Capital, sondern auch Ares Capital, die wir sehr eng auf der Watchlist haben. Das ist natürlich einer der Gründe, dass wir davon ausgehen, dass die Zinsen demnächst sinken werden, warum wir Ares Capital nicht im Depot haben. Kennzahlen hier sind eigentlich ebenfalls sehr solide. Aber trotzdem für uns eine Position, die wir aktuell noch gerne im Depot haben und mit 11,3% plus den 8-9-10% Dividenden, wenn man die Sonderdividenden hier mit dazu rechnet, wirklich positiv gelaufen ist. Rio Tinto für uns einfach eine Aktie, um den ganzen Rohstoffmarkt abzudecken. Wir haben ja schon etwa einen stärkeren Fokus auf Kupfer zum Beispiel. Aber auch Kupfer ist ein Material, was weltweit vermutlich noch lange gebraucht wird. Plus natürlich die anderen Materialien wie Eisen, die Verarbeitung hin zu Stahl, allem drum und dran. Natürlich gibt es auch andere Unternehmen. Wir haben uns für Rio Tinto entschieden. Auch ein Unternehmen, wo wir noch einsteigen würden. Wenn dich das Thema wieder tiefer interessiert, kann ich dir nur nochmal die Videos aus dem Adventureland nahelegen. Hier sind wir überall mal ziemlich genau drauf eingegangen. So, McDonalds 6,5%, ein solides Geschäftsmodell. Wir haben hier gute Umsätze, wir haben hier auch relativ gute Margen. Aufgrund vom Franchise-Modell auch ziemlich sicher und gute prognostizierbare Absätze. Dementsprechend McDonalds ja für uns eine Aktie, die in jedes Depot gehört. Ein Renditemonster werden wir hier vermutlich nicht haben. Aber trotzdem eine solide Aktie mit einem etwas anderen Ansatz. Auch der Bereich der Immobilien wird natürlich mit McDonalds auch ziemlich gut abgedeckt. Für uns eine Basisaktie, die wir auch gerne im Depot haben. Als nächstes kommen wir mal zu einem ETF. Und wir wurden auch mal gefragt, warum wir denn keine ETFs haben. Der MSCI Merchant Market ETF ist eine ziemlich gute Grundlage, um den gesamten Bereich der Schwellen abzudecken. Denn uns fehlt die Zeit, uns genau die Gedanken zu machen, welche Aktien in China, welche Aktien in Indien, welche Aktien in Brasilien momentan wirklich spannend sind. Es gibt super viele spannende Aktien. Wir haben natürlich politische Risiken, die wir nicht immer so überblicken können. Wir haben natürlich auch Risiken, die man so gar nicht greifen kann. Und selbst wenn man sich die Zeit nimmt, vielleicht nicht unbedingt sieht. Und dementsprechend haben wir gesagt, für die nicht entwickelten Länder, also die Schwellenländer, wollten wir einfach einen breiten ETF haben. Den haben wir mit 100.000 Euro in der Ausschüttenvariante, jetzt auch im Depot, ist mit 2,3% natürlich noch ziemlich neutral gelaufen. Aber die Position haben wir hier auch nicht so lange, was vielleicht auch der Punkt ist, warum wir überhaupt positiv momentan sind. Sind aber auch hier positiv gestimmt, dass wir mit unserem kleinen Anteil von 100.000 Euro hier langfristig vielleicht nicht die besten Chancen, Risiken, wo viele erwirtschaften, aber trotzdem eine gute Rendite haben. Das waren jetzt bisher alle Aktien, die ausgehend von der Kursperformance her bei uns im Depot im Positiven liegen. Und da das Video schon 20 Minuten lang ist, nehmen wir uns die Aktien, die bisher von der Kursperformance her im Negativen sind, fürs nächste Video vor. Da schauen wir uns dann auch an, warum Aktien, die zwar eine negative Kursperformance haben, trotzdem eine positive Gesamtrendite haben. Wir werfen auch einen Blick auf den Investment Case bei den Aktien, die im Negativen sind. Denn bei Aktien, die etwas runtergelaufen sind und da haben wir doch den einen oder anderen Kandidat bei uns im Depot, kann man mal etwas genauer hinschauen, wie die Kennzahlen sind. Wie die Zukunftserwartungen sind und hier natürlich dann auch mal etwas umstrukturieren. Wir hatten eben auch schon ein, zwei positive Aktien dabei, die wir auch vermutlich in nächster Zeit einmal etwas rauswerfen werden. Und insgesamt war das dann auch das letzte Depot-Update in dieser Form, da wir uns ja zumindest geringfügig umstrukturieren werden. All das erfährst du, wenn du dem Kanal folgst und als Kanalmitglied, sprich Investor, Millionär oder Privatier sogar exklusiv vorab. Wir sehen uns im nächsten Video oder in der Zwischenzeit natürlich auf dem Kanal bei allen anderen Videos, sei es Cashflow, sei es unsere Dividenden oder auch die spannenden Aktien, die wir eingangs erwähnt haben. Demnächst kommt auch nochmal ein neuer Teil, wie wir mit KI Geld anlegen. Letzten Untertitelung des ZDF, 2020